Am Ende des ersten Wochenendes des Caravan-Sallons 2021 legen wir sehr stolz auf einen Tag zurück, in dem wieder sehr viele Camper hier bei uns auf den Messestand gekommen sind. Und unsere Berger-Produkte, Berger-Eigenmarke, verschiedene Stühle, was man hier alles sieht, eigentlich müsste ich hier mal schwenken, auf die ganzen Produktgruppen hier mitgenommen haben, den ganzen Tag über unser Personal hier ins Berger-Team, rennt raus und rein, um wieder neue Ware nachzufüllen. Also das war ein sehr erfolgreicher Tag. Was sind die Hintergründe? Die Hintergründe sind ein wahnsinniger Buben in diesem Campingbereich, den wir uns hätten vor Jahren gar nicht so ausmalen können. Seit ungefähr vier Jahren, würde ich sagen, hält er jetzt so an, dass die Leute immer mehr das Thema Camping für sich entdecken, dass sie einfach das schön finden, mit ihrem Fahrzeug irgendwo schnell hinzufahren, ohne sich lang anmelden zu müssen, ohne nämlich in Hotels zu sein. In der Corona-Zeit natürlich auch ohne irgendwelche Corona-Vorschriften beachten zu müssen, weil man halt mit seinem eigenen Haus durch die Gegend fährt. Oder jetzt wie junge Leute ja doch verstärkt jetzt die Van-Life-Generation mit ihrem eigenen VW-Bus unterwegs ist, mit ihrem Minivan einfach auf dem Stellplatz stehen, bleibt ganz unkompliziert und dort also wirklich Freiheit genießt, naturverbunden und ohne großen Fußabdruck zu hinterlassen, einfach irgendwo mit ganz bescheidenem, äußerem eine schöne Zeit verbringt, eine entspannte Zeit verbringt. Und da passt natürlich auch das Motiv, das Gefühl der neuen Camper, der Van-Life-Camper, passt sehr gut zu unseren traditionellen Stammkunden, die eben auch schon immer im Camping so diese coole, entspannte Art hatten. Und da treffen sozusagen verschiedene Generationen, aber ein gemeinsames Gefühl aufeinander. Und das macht es eben so schön hier, für Berger beide Generationen jetzt mit Camping-Zubehör zu versorgen und sozusagen da derjenige zu sein, der das ermöglicht mit dem entsprechenden guten Zubehör. Und da haben wir jetzt ein paar Jahre gehört, wir drinnen und zwei Minuten. Die Leitung und zachen wir hier dort hin, wir drinnen und zwei Minuten. Bis zum nächsten Mal.